Hallo meine Freunde, heute gucke ich für euch ein Rezept aus unserem neuen Kochbuch. Schnell gekocht? Es gibt Panettae Blumenkohl Schnitzer. So cool, Spray. Mag ich anfangen? Es gibt so viele Schnitzer, wie der Strom breit ist. So, in den Strom hier schneiden. Diese letzte Blumenkohl mache ich für die Beilage. Die Abschnitte fein hacken. Eine Pfanne mit etwas Oliva erhitzen. Dann 3 Minuten anbraten mit Salz und Pfeffelwürze. Weiter mache ich die Panettae. Linker Mehl. Backpuffer. Und Papika-Puffer. Ein bisschen Wasser. Ein bisschen Salz und Pfeffelwürze. Zusammen vermengen. Eine schöne Panetta. Noch ein bisschen Salz. Zuerst, Blumenkohl in Panetta wenden. Weiter in Paniermehl. Dann in Öl ausbacken. Die gebratenen Abschnitte. Dazu servieren, diese Blumenkohl-Schnitzer. Pasiergum mit einer Remunane oder einem knackigen Salat. Innenschaftlich. Draußen knusprig. Eine wunderschöne, wunderschöne Blumenkohl-Aroma. Nie vergessen. Kobo bestellen und Blumenkohl genießen. Bye. hihihi. Korrekt 오늘 ähnlicher Zack.